So, da steht der Yusuf Pausen, erfolgreiche Saison gehabt, aber sag mal, lass uns mal was anderes als über Fußball reden. Hast du ein verborgenes Talent? Kannst du auch irgendwas anderes? Ob ich irgendwas anderes kann, musst du vielleicht die, die am Nassen zu mir steht, fragen, ob ich vielleicht tanzen kann oder nicht. Also ich finde selbst, wenn wir gestern Abend, wo wir ein bisschen mit der Mannschaft gefeiert haben, dann denke ich schon, dass ich tanzen kann auf jeden Fall. Willi, sag mal, heute ganz schick in Hemd und Sakko. Was trägst du lieber, Trikot oder Hemd? Ganz klar natürlich, Trikot und da fühle ich mich auch deutlich wohler in einem schönen Trikot auf dem Fußballfeld. Mein Gott, da kann ich sehen, da steht er. Sag mal, Dominik, wolltest du mal irgendwas anderes werden? Nicht Fußballer, vielleicht was anderes? Früher, ich weiß es gar nicht. Doch, der Traum war es, glaube ich, jeden kleines Jungen schon Fußballer zu werden. Aber war immer sehr, sehr weit weg für mich. Auch nie so richtig auf den Zug aufgesprungen im Jugendalter Richtung Profifußball, sondern immer eher im Amateurbereich. Deshalb macht es mich schon noch mehr stolz, dass ich da jetzt wirklich in den letzten Jahren auch richtig Fuß gefasst habe und jetzt mit dem Aufstieg natürlich auch nochmal ein richtiges Highlight für mich gesetzt habe. Hättest du eine Alternative gegeben? Hast du ein verborgenes Talent? Bäcker oder Fleischer? Oh, nee. Ich habe ganz normal die Schule durchlaufen und dann auch studiert. Und da hätte es sicher was gefunden. Da bin ich auch überzeugt, dass ich nach der Fußballerkarriere wieder irgendwo einsteigen werde. Aber jetzt bin ich so mit dem Weg wirklich sehr glücklich und froh, dass es so gekommen ist. Vor allen Dingen mit dem Wechsel vor vier Jahren hier nach Leipzig. Aber Bäcker ist keine Alternative? Bäcker ist keine Alternative, nee. Vielleicht in der Bank arbeiten oder so. Ich bin jetzt ziemlich gut mit Zahlen. Ich bin gespannt. Klar spielt man als Junge hauptsächlich wegen dem Spaß gerne Fußball und dann träumt man natürlich, mal in einem schönen vollen Stadion zu spielen. Das natürlich zum Profi gereicht hat, ist es natürlich ein Privileg. Kannst du ein Instrument spielen? Nein. Ich kann nicht tanzen, ich kann kein Instrument spielen. Es sind einige Dinge, wo ich wirklich Nachholbedarf habe, aber habe ich ja noch irgendwann mal Zeit. Letzte Frage unter uns. Im L1 habt ihr gefeiert. Wie viel gab es zu trinken? Wie war die Feier? Also wie viel genau, kann ich wirklich nicht mehr sagen. Wir haben einfach bestellt und jeder hat so getrunken, wie er Lust und Laune hatte. Das ist auch gut so. Und wir haben jetzt letzte Woche nach dem Sonntagsspiel das genutzt. Dann mussten wir uns ja noch mal auf das letzte Spiel vorbereiten. Und gestern konnten wir da natürlich auch noch mal los. Und das haben wir auch gemacht. Und jetzt ist heute natürlich hoffentlich auch noch mal die richtige Fede mit den Fans. Gibt es irgendein Ritual, was du vor dem Spiel hast? Oder hast du irgendwie ein Maskottchen? Machst du irgendwas, um dich zu motivieren oder was dir Glück bringt? Nein, ich habe da gar kein Ritual. Ich ziehe mein Trikot an und gehe auf den Platz und versuche meine Leistung zu bringen. Wo geht es jetzt hin? Fliegst du irgendwie in Urlaub? Entspannst du dich eine Runde? Ich werde definitiv schön in die Sonne fliegen. Ich weiß aber noch nicht, wohin. Ich habe auch noch nicht gebucht. Ich muss mir mal die nächsten Tage ein paar Gedanken machen. Jetzt habt ihr erst mal Pause, auch erst mal Trainingspause. Es geht in Urlaub. Worauf freust du dich am meisten? Aufs Essen, aufs Entspannen? Aufs Essen, aufs Essen und mit meiner Familie nach Hause zu entspannen. Diese Saison war sehr, sehr intensiv und ich war sehr selten in Kopenhagen diese Saison. Ich freue mich schon mit meinen besten Kumpels, meiner Familie, meiner Freundin zusammen entspannen zu können und richtig relaxen zu können. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.